BR 2020 Jetzt ist Tocolino-Zeit. Das bin ich. Wirf, Florina. Okay. Der war weit. Was ist das? Komm, Florina. Was hast du da? Das ist eine Schatzkarte. Das ist unser Bauernhof. Hier ist der Sandkasten. Da ist das Baumhaus. Das ist das Haus. Dann ist der Schatz also ... ... im Blumenbeet. Lass uns nachsehen. Und? Hast du schon was gefunden? Nein, hier ist kein Schatz. Schade. Aber warte mal. Ja? Ich habe eine Dose gefunden. Eine Dose? Ja, und da steckt noch was drin. Ein neuer Hinweis. Hm. Was steht denn drauf? Ah, das ist die Wasserpumpe. Komm, Florina, schnell. Hey, warte. Da, da ist ein Spaten angelehnt. Und hier ist frische Erde. Den Schatz haben wir ganz schnell ausgegraben. Guck doch mal. Da ist doch was. Hä? Was ist denn das? Hast du was? Ja, eine Piratenfahne. Hä? Heiho, Piraten! Heiho, Piraten! Ein Heim. Das ist der Schatz gibt.